Super Kalisragilistik, extraialigendisch Dieses Wort fing durch und durch, furcht verwollt und tätig Wer es laut geblüht, sagt Schenk, klug und spatt posetisch Super Kalisragilistik, extraialigendisch Als Junge war ich sehr gehemmt und schnopferste herum Mein Vater mir die Naase zwickt und sagt, sei nicht so dumm Ich lernte einen Pakt, was auf die Nase hatte Wuh Das Wort ist eins, das Unspot, der Kümmer hat der zu. Und bei Kachimalli ist es wie Archimedes, sie ist auf die Neuen und durch, wo verweist es, sie ist auf den Mund und sagt, er ist so gut und was wo geht es, so bei Kachimalli ist es wie Archimedes. Danke, 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 danke. Er heilte durch die ganze Welt und kam der Weißen Bein, Spassig er das Wort, tritt jeder gleich, wie ist der Herr Bescheid. Bei Fürsten war ich oft zu Gast und bei der Rot-Bulli, Erwähle ich mein Lieblingswort, dann war's, was ich so sehe. Das Wort kann man noch kurz besser sagen. Geh dich an, Ex-Pilist, die Frage Kalli super, aber das geht zu weit, findest du nicht auch? Aber was bleibt denn los? Und wenn dir mal die Worte fehlen und sich ne Hemmung klagt, dann schnapp ich von dein Wort und schon hast du den Jungs gesagt. Doch wenn du es benutzt, dann wirst du überlegt, genau. Ein Beispiel? Ja. Ich sagte es zu meiner Frau, schon war sie meine Frau. Au, sie ist ein reizendes Frau, ich bin Ehrenwort. Super, keine Frage, nicht die Gäste, die Gäste, die Gäste. Super, keine Frage, nicht die Gäste, die Gäste. Super, keine Frage, nicht die Gäste, die Gäste. Nei, Queatballdown. Ach, ich maximal hypothesisch ghaut. وqa. Absolut. Absolut. Vielen Dank.